Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Sarah Nowak X Foodist Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, von Sarah Harrison X Foodist habe ich ja auch die Box im Abo, die ja alle, ich glaube, drei Monate erscheint. Das stelle ich euch ja auch vor. Manchmal läuft das gut, manchmal läuft das nicht so gut. Ich mag die Frau eigentlich total gerne. Also ich finde die wunderschön. Ich habe die damals als Sarah Nowak schon in mein Herz geschlossen. Ihr habt mich da immer wieder drauf verlinkt. 74,99 Euro kostet der. Und jetzt habe ich ihn auch bestellt und jetzt habe ich ihn da und ich wollte ihn mal mit euch zusammen anschauen. Wir haben ein schönes Design. Das ist das Klassische, was wir von Foodist auch so haben, von der Größe her, das Format. Und Boxen. Hellblau mit Gold ist am Start, was ich hier sehr, sehr hübsch finde. Und hier sind sowohl Foodprodukte als auch Beautyprodukte drin enthalten. Wenn ich das halt jetzt einfach mal so aus der Historie der Boxen mal so bewerten darf, werden hier wahrscheinlich maximal vier Beautyprodukte drin enthalten sein. Und der Rest wird irgendwas mit Food und Lifestyle zu tun haben. Aber vorwiegend, überwiegend Food. So, ich habe euch mal einen Link in die Infobox reingesetzt, falls ihr Bock habt, die Foodist X Sarah Harrison Box oder generell eine Foodist Box zu abonnieren, weil da bekommt ihr dann quasi durch einen Freunde-Werben-Freunde-Link ein bisschen Rabatt. Ich bekomme dann so ein Cashback-Dünsen. Ich habe aber keine Kooperation mit denen, ne? Genau. Und jetzt schauen wir einfach mal in den Adventskalender. Ach was, hier stehen sogar persönliche Botschaften von ihr drauf. Die Foodist endlich ist der 1. Dezember da und du darfst das erste Türchen öffnen. Viel Freude mit meinem Adventskalender und einer wunderschönen Vorweihnachtszeit. Denn es ist Sarah. Sarah heißt sie ja eigentlich, ne? Aber ich finde es schon mal ganz gut, dass man da auch so ein bisschen eine persönliche Note mit reingebracht bekommt. Ob sie das jetzt wirklich selber draufgeschrieben hat oder nicht, sei mal einfach so dahingestellt. Aber es gibt auf jeden Fall der Person, die den Adventskalender auspackt, ein schönes Gefühl. So, hier habe ich The Beginnings 25% Mango Gluten Free und Vegan ein Mango und Chia gepünzen. Noch stehe ich vor meiner Geburt, Leute. Meiner Geburt vor allem. Vor der Geburt wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, ist Mr. Bauchy schon da. Kommt in die Kliniktasche. Wisst ihr Bescheid, da kommt aktuell alles. Alles, was Riegel heißt, kommt da rein. So, dann habe ich die Nummer 2. Darüber freuen Foodies sich. Achso, und hier sind dann einfach so generell so ein paar Infos immer drauf. Es stand aber auch, glaube ich, auf der Homepage, dass da so Rezepte am Start sind und so. Haferhaps. Ach guck, Himbeere. Nur 5 Zutaten. Sowas finde ich auch immer ganz cool. Kann man theoretisch auch selber machen. Aber vielen Leuten fehlt einfach manchmal die Zeit, ne? Glutenfrei, Handmade und Vegan. 50 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und ja, ich schiele jetzt auch immer auf die MHDs, denn wir hatten das bei einem Foodies Adventskalender, glaube ich, auch schon gehabt, ne? Dass das Produkt abgelaufen wäre, bevor man den Adventskalender regulär geöffnet hätte. Und das ist natürlich ein bisschen bitter. Aber gut. Hört sich auf jeden Fall sehr lecker an. Und auch mit Himbeere, ne? Ich mag ja so Beeren generell total gerne. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und die ist sehr, sehr leicht. Okay, hier haben wir ein kleines Produkt drin. Also wirklich sehr klein. Happycakes.de Premium Schokoglückskeks. Ach guck mal, den kriegt mein Freund gleich. Genau. Ja, so ein Glückskeks ist nie verkehrt. Ich weiß jetzt nicht, was dann da so drinstehen kann. Das mache ich jetzt auch nicht mit euch zusammen auf. Ne, muss nicht sein, ne? Fairtrade, sozialer Beitrag, vegan, laktosefrei, palmölfrei. Schön. Aber jetzt hatten wir schon drei Food-Produkte. Jetzt würde ich sagen, in der Nummer 4, die haben wir übrigens in der goldenen Mitte, also hier, darf auch gerne mal was anderes als Food drin sein, ne? Weil klar, Foodist Xera Harrison, aber so ein bisschen, ich meine, da war auch ein Bild auf der Homepage mit irgendeinem Lipstick, ne? Okay, also Chocolate-Covered Coconut, das mag mein Freund nicht, das esse ich. Das ist wie so ein Bounty, wie ein veganes Bounty mit 30 Gramm von Ruba.com. Ja, ist auch wieder ein Riegel, ne? Also, ja, 75 Euro, jetzt brauche ich mehr. Komm, komm, hau raus hier. Richtig groß ist die Nummer 5, da ist sicherlich kein Beauty-Produkt drin. Ne, da haben wir eine Minitüte Chips, sowas finde ich auch immer ganz cool, esse ich auch echt gerne. Eat Real, Quinoa Chips, Sun-Dried Tomato and Roasted Garlic, also Tomate und gerösteter Knoblauch. Ja, 22 Gramm, das ist halt wirklich eine kleine Portion, finde ich persönlich aber aktuell sehr angenehm, denn das ist genau die Portionsgröße, die ich aktuell auch gerne einfach esse an Chips. Ja, ansonsten bin ich irgendwie super gesund unterwegs, esse mir dann lieber einen Apfel oder so, ne, oder einen Riegel. Ähm, ja, aber komm, Nikolaus, muss jetzt echt wieder ein bisschen knallen, denn das sind jetzt echt Produkte, ich habe euch ja die Werte auch so ungefähr eingeblendet, die haben jetzt nicht so den ultimativ krassen Bahnwert. Nikolaus, die Nummer 6, hört sich nicht an wie ein Beauty-Produkt, aber es ist ein bisschen schwerer. Oh, sowas finde ich hübsch, doch, das ist wirklich hübsch, das sind Happy Sprinkles, Spread Happiness, Winter Wonderland by Sarah, okay, da war die auch irgendwie mit beteiligt, Special Edition, Streudekor, 90 Gramm sind hier drin enthalten und happysprinkles.com, da muss ich mal gucken, ne, was ich da für einen Wert halt für rausfinde. Ähm, ist auch so gold und pastellig und Schneeflocken und hübsch und, äh, goldene Tannenbäume sind da mit am Start. Also das ist schon weihnachtlich, mag ich gerne leiden, passt auch in die Nummer 6. Doch, das ist ein gutes Produkt, ne? Ja. Direkt daneben ist die Nummer 7, die sich anfühlt, als wäre gar nichts drin. Oh. Okay. Ähm, das ist jetzt von ihrer eigenen Marke von Samien ein, äh, 10 Euro, Gutschein, aber Leute, Mindestbestellwert 50 Euro. Das finde ich nicht gut. Das finde ich wirklich nicht gut, muss ich sagen. Ich habe aktuell von ihr auch in Anwendung den Cleanser, das hatte sie ja auch schon mal in einer ihrer Boxen mit reingepackt, in einer kleinen Größe und so, ne. Aber da von ihrer eigenen Marke einen 10 Euro Gutschein reinzupacken mit einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Oh, sorry, aber da muss ich 40 Euro dafür ausgeben und die Produkte sind ja halt auch nicht so super günstig. Ne. So, die Nummer 8 soll ich jetzt bitte machen, das ist Kraft, aber es hört sich nach etwas an, was praktisch ist. Aber wo ich jetzt nicht, ja, ja, wo ich jetzt keine Luftsprünge mache und zwar einen Keksteigausstecher. Von Nerez, äh, die besitzen in Tschechien, das ist eine Schneeflocke. Das ist hübsch, ja, schon, ne, aber irgendwie... Nee, 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 nee. Also was ich jetzt so gar nicht feiern würde, wäre, wenn die dann jetzt auf einmal, also wenn die wirklich so Tülli-Tralafetti hier drin haben und dann ein Avant-Produkt oder so nur reinhauen, weißt du? Das halt einfach 100 Euro wert ist und den Preis oder Wert einfach nach oben schnellen lässt. Aber wir gucken mal weiter, denn hoffentlich werden wir uns mit der Nummer 9 ein bisschen mehr über den Inhalt freuen. Auch das ist ein Riegel, das ist von der Foodist-Eigenmarke, beziehungsweise es sind Nut Butter Cups, Salty Peanut, ähm, vegan und ohne raffinierten Zucker. Okay, die sind super lecker, die mag ich auch gerne, die hatte ich in einem anderen Foodist-Adventskalender auch drin. So was habe ich bei mir ans Bett gestellt und wenn ich dann halt nachts aufgewacht bin, das habe ich jetzt ja in letzter Zeit gerade öfters gehabt, ne, ähm, dass ich mir einfach so was essen konnte. Aber, ja, also so langsam sollte der Adventskalender auch mal richtig in Fahrt kommen hier, oder? Weil in der Nummer 10 sollte es jetzt auch ein bisschen anders weitergehen, meiner Meinung nach. Äh, das ist schwer. Und das ist von Funcake Sugar Paste Bright White, 100 Gramm. Okay, also wenn du dir dann quasi so ein Fondant mehr oder weniger außen drumherum machen möchtest, wenn du richtig backst. Das passt auf jeden Fall zu Sarah Harrison, weil die ja auch super schöne Kuchen immer wieder postet und so. Also das passt definitiv, finde ich auch schön. Ähm, joa, kann man machen. Ich weiß nicht, wie, ne, aber ich, also wie sowas kostet, weil ich sowas nicht verwende. Aber, ähm, ich denke, das hat auf jeden Fall einen schönen Wert. Und es war ja auch davon gesprochen worden, dass in dem Adventskalender auch Produkte zum Backen drin sind. Deswegen finde ich das tatsächlich cool. Die Nummer 11, die erste Schnapszahl, bringt uns ein kleines, leichtes Produkt. Okay, das ist jetzt krass. Denn hier ist einfach mal was von Paul Valentine drin. Da habe ich ja auch den Adventskalender mit euch zusammen ausgepackt, ne. Das sind opulente, goldene, aber irgendwie schon schöne Ohrringe. Doch, die werde ich auch tragen, ne. Das kann ich mir gut vorstellen. Das sind so Ohrstecker. Sehen so aus. So sehen die von der Seite aus. Also quasi so Mini-Kreolen, wo dann so Ringe drin sind. Und dann halt hier Stecker. Ne, das finde ich schön. Und Paul Valentine ist ja wirklich vom Schmuckwert her auch immer recht hoch. Also von daher haben wir hier ein schönes Produkt im Adventskalender, ne. Doch, das ist gut. Das gefällt mir tatsächlich. So, dann schauen wir mal in die Halbzeit, die Nummer 12. Oh, hier haben wir Fruchtgummis drin. So was mag ich auch sehr gerne leiden. Frohe Weihnachten, der Zuckerbäcker, vegan. So was finde ich auch hübsch. Das passt auch wirklich für den Adventskalender, ne. 55 Gramm sind hier drin. Weihnachtsmann, komm mit vollen Taschen. Bring uns was zum Naschen. Die Tiere freuen sich auch daran, denn diese Beeren sind vegan. Das ist süß. Das ist ein tolles Produkt. Auf der Nummer 13 steht, Leave a little sparkle wherever you go. So was mag ich gerne. Ich mag es auch tatsächlich, wenn irgendwer irgendwo glitzer hinterlässt. Ja, natürlich ist hier... Ich hab's doch eben gesagt. Hier ist ein Avant-Produkt drin, Leute. Ja, Pro Radiance Brightening Eye Final Touch. Das sind 10ml von der Augencreme. Zack, Warn wird in die Höhe getrieben. Krabum, krabäm, tralalalalem. Avant ist eine Marke, die finden wir ständig in Boxen. Die sorgt dafür, dass der Boxenwert, dass der Adventskalenderwert, dass es krass hochgetrieben wird, ist einfach so. Und Fu, das gehört ja auch zu Metacrew, ne. Das ist dann quasi Pinkbox, Brigittebox, Barbarabox, Distas Ananas Luxurybox. Und da haben wir ja super viel von den Avant-Produkten drin, ne. Das hängt alles zusammen, deswegen war es klar, dass wir hier eins drin haben. Und das hat irgendwie einen Wert von 100 Tacken. Zack, Adventskalenderwert ist nach oben geschnellt. Da hätte ich doch lieber wirklich Produkte drin gehabt, wie die Ohrringe zum Beispiel, die dann auch einen tatsächlichen Warnwert haben, weil bei Avant ist es einfach so, ja, es sind gute Produkte, aber ich finde, dass sie einfach ihren Preis, also, nicht so wert sind. Ein Viertel davon, ja, ne, vielleicht. Also, ist halt eine gute Pflege, aber jetzt nicht so mega krass, dass die das, also, nee. So, die Nummer 14 hatte ich auch schon in der Mitte gesehen. Da sind wir jetzt wieder bei Food und da haben wir ein Porridge drin von Three Bears. Das ist dämonige Banane, mag ich gerne. Schmeckt tatsächlich auch gut, Banane and Poppy Seed. Ja, 50 Gramm, das ist einfach eine Portion, die du da mit bei hast, ohne Zusatzstoffe, dann ist das aus Vollkorn, Ballaststoffquelle und vegan. Ist eine leckere Geschichte, ist auch eine schöne Sache für unterwegs, ne, dass man halt, also, zum Büro das mitnehmen kann oder so, das ist wirklich eine tolle Sache. Jo, mag ich. Die Nummer 15 ist wieder richtig schön groß und sie ist auch ein bisschen schwerer, also, da kriegen wir dann auch mal ein bisschen was Größeres, und zwar Better Organic Brownie Mix, vegan, glutenfrei. Vier Portionen soll das dann quasi ergeben, 100 Gramm. Und, jo, damit kannst du dir dann einfach ein bisschen Brownie gedünsen machen, das finde ich auch schön. Jo, ich weiß nicht, da machst du einfach nur hier Öl oder geschmolzene Butter mit rein und ein bisschen Milch und dann kannst du es schon machen. Ach, das finde ich aber klasse, das könnte ich ja theoretisch jetzt auch schon wieder hier zu Hause machen, ne. Nö, finde ich ansprechend, gefällt mir und passt auch zu diesem ganzen Gedünsen, ne, das sie ja auch geschrieben hat, dass da ja auch Backsachen drin sind, also passt das. Die Nummer 16. Ein Riegelchen, und zwar ein Zebra Bar, Raw Fruit and Nut Bar, Cherry Tart, also Kirschkuchen. Oh, das finde ich ja lecker. 35 Gramm haben wir hier drin enthalten. Okay, produziert ist es nämlich dieses Jahr im Juli. Ich hatte gerade schon ein bisschen Angst, so, Moment, Moment, ja. Ja, ne, finde ich gut, kann man auf jeden Fall reinpacken, ne. Okay, Geschenk an Hänger zum Ausschneiden steht hier drauf, cool. Nummer 17, das ist jetzt eine Woche vor Heiligabend. Gut, da haben wir auch wieder so ein Cookie drin, Oat and Raisin, also quasi Hafer und Weintrauben, glutenfrei, vegan, 30 Gramm, sowas ist auch immer ganz lecker, sowas steht bei uns auch gerne auf dem Wohnzimmertisch, da habe ich so eine Schale, wo ich dann alle Handprodukte auch reinmache, da kann mein Freund sich dran bedienen, da gehe ich auch immer gerne dran, ne. Und ja, sowas ist lecker. Brauche immer irgendwie was zu trinken mit dabei, ansonsten ist es ein bisschen sehr viel im Mund, aber es ist schon lecker. Die Nummer 18, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier haben wir ein Scrunchie drin von Six, mhm, jo, kann man machen, definitiv, ich glaube, das habe ich sogar schon, das kommt mir gerade sehr bekannt vor, deswegen muss ich gerade auch ein bisschen schmunzeln. Hier ist irgendwie ein loser Faden, achso, der ist gar nicht so lose und der hängt hier irgendwie dran, ciao Faden. Ja, genau dieses Scrunchie habe ich schon, das habe ich auch in Anwendung, das mag ich auch ehrlich gesagt gerne leiden. Denn vielleicht nehme ich das auch tatsächlich noch, dass ich das für mich auch behalte, dass wenn ich dann mal irgendwann Bock habe, mir so crazy Space Buns zu machen oder so, alles ist möglich in diesem Haus manchmal, dann habe ich hier halt einfach noch eins, ne. Ja, ist schon süß. Die Nummer 19. Ja, natürlich musste ich ja auch noch was von Just Spices mit dabei sein. Ich glaube, dass wir in jedem Influencer mit Foodist Adventskalender auch was von Just Spices drin finden. Just Spices hat tolle Gewürze. Das ist jetzt der rote Pesto Mix. Ja, genau, da habe ich euch auch den Adventskalender gezeigt, ne, 50 Gramm sind hier drin enthalten. Das finde ich ziemlich cool. Das kannst du dir auch relativ easy zubereiten, dass du dir dann einfach das über die Pasta machst. Genau, roter Pesto Mix mit zwei Esslöffel Wasser und dann lässt es aufquellen, machst dann zwei Esslöffel Olivenöl dazu und dann hast du einfach eine Soße quasi für deine Nudeln und das finde ich einfach praktisch. So, Nummer 20 habe ich jetzt hier. Hier steht jetzt irgendwas von Bratapfel Porridge als Rezept obendrauf, aber hier ist was anderes drin und zwar von Sarah Harrison. All I want for Christmas is Chocolate. Erinnert mich ein bisschen an die Dandiela Katzenberger Adventskalender, Leute, muss ich wirklich sagen. Ja, da hatten wir auch ein Just Spices Gewürz drin, da hatten wir auch eine Schokolade mit dabei. Sehr interessant, um das mal so zu sagen von Sweet Couture. Ich glaube, das ist die gleiche Firma, ne. Ja, die haben dann einfach ihr Gesicht halt her... Ja, es ist okay, ne. Es ist schön, wenn man das auspackt. Mein Freund hat die Schokolade gegessen und er sagte, hm, also hat jetzt nicht so hochwertig geschmeckt, um das mal so zu sagen, aber er hat sie halt gegessen. Jo, dann schauen wir mal in die Nummer 21 rein. Da haben wir von Neo Caramel Nuts 100% vegan ohne Zuckerzusatz auch wieder so ein Riegel mit drin. Jo, ne, sowas ist dann etwas, was dann mein Freund im Kreißsaal, wenn ich da schreiend liege, sich gönnen kann. 20 Gramm sind das wohl. Und das, äh, jo, ist halt ein Riegel. Es ist natürlich easy, dass man halt, ne, immer schön diese Riegel hier reinpacken kann. Und ich kann sie auch tatsächlich aktuell sehr gut gebrauchen. Aber ich finde das halt so ein bisschen öde. So, riesengroß, die Nummer 22. Was haben wir da bloß drin? Ja, äh, hier haben wir ein Beauty-Produkt drin. Das ist von Samien, also quasi von ihrer Eigenmarke. Ein Bamboo Face Scrub. Ähm, ja, okay. Also von ihrer Eigenmarke. 75 Gramm sind hier drin enthalten. Es ist auf jeden Fall cool, dass die hier eine Full Size quasi von ihrem eigenen Produkt mit reingepackt hat. Da ist verschreckt doch einfach mal die Kamera ausgegangen. Auch gut, ne? Ähm, so, äh, ja. Dann gucken wir mal. Also ich finde das nämlich auch gut, weil das halt einfach, ähm, ein eigenes Produkt von ihr ist. Es ist auch ein richtiges Produkt von ihr drin und nicht ein Gutschein. Ähm, bei dem Gutschein hätte ich zum Beispiel mir gewünscht, dass da einfach dann kein Mindestbestellwert bei gewesen wäre. Wisst ihr, was ich meine? Oder du hast halt einen Gutschein für ein Produkt im Wert von 10 Euro aus ihrem Shop. Ich weiß ja nicht, was die normalerweise so kosten. Ähm, hier muss ich einfach mal gucken. Genau. Weiße Tonerde, Peeling-Körner aus getrocknetem Bambus. Ähm, das ist eben die Sache. Das ist ein mechanisches Peeling. Und das kann ich in meinem Gesicht leider nicht verwenden, weil ich eine sehr sensible Haut habe. Und einfach im Laufe der Zeit realisiert habe, dass ein mechanisches Peeling für mein Gesicht nicht geeignet ist. Ich habe euch hier auch mal in Kooperation mit Dalton zusammen ein Video gestaltet. Ich weiß nicht, ob mein Code Single Cloudy mit 30% Rabatt bei Dalton aktuell noch aktiv ist. Ich schreibe es euch mal in die Infobox, bis wann der gültig ist, ne. Gönnt euch auf jeden Fall hart. Äh, jedenfalls habe ich da ein Video gemacht, wo ich euch verschiedene Peeling-Arten vorgestellt habe und natürlich auch die Peelings von Dalton. Ähm, genau. Also mechanische Peelings sind für Menschen mit sehr robuster Haut, mit einer öligen Haut, äh, mit einer sehr unsensiblen Haut sehr gut geeignet. Also für meinen Freund zum Beispiel. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass er sich darüber freuen wird, ne. Dass ich ihm das dann geben werde. Aber selber kann ich es leider nicht verwenden. Denn mit der Nummer 23 befinden wir uns jetzt ja schon im harten Endspurt, ne. Also das ist jetzt der Tag vor Heiligabend. Und da bekommen wir noch etwas, oh, ähm, womit wir backen können. Das finde ich auch schön. Sowas mag ich gerne leiden. Das sind so Muffin-Förmchen, ne. 40 Stück, wow. Äh, aus Kakao-Schalen. Das finde ich schön. Kompostierbar, recycelbar von Zenka. Nö, das kann ich jetzt gerade wirklich sehr gut und sehr lobend erwähnen. Ähm, finde ich wirklich klasse. Also sowas als Tool mit dabei. Das ist schön. Die Nummer 24 wird für mich jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung sein, denn ich habe ja schon ein Bild auf der Homepage von Foodis gesehen mit ihr, wo sie einen Lippenstift verwendet hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir in der 24 jetzt einen Lippenstift drin haben werden, nämlich den, den sie auf der Homepage schon gespoilert hat. Hier steht auch drauf Merry Christmas. Ich wünsche dir wundervolle Weihnachten mit deinen liebsten, genüsslichen Feiertage und eine richtig schöne und gemütliche Zeit. Deine Sarah, finde ich schön, wirklich. Ja, und hier ist auch tatsächlich von Banana Beauty in Doubt ein Lipstick drin. Und, ähm, das ist die Farbe Nanana Naked. Das ist halt so ein Klassiker, ne. Finde ich ehrlich gesagt schön als Nummer 24. Und, ähm, ja, damit habe ich gerechnet. So ein Ding kostet, ich glaube, 25 Euro oder 30 Euro. Sehr, sehr matt. Sieht sehr benutzt aus irgendwie. Okay, riecht aber noch gut, ne, weil ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Halt direkt hier unten drunter. Als hätte da jemand, das ist so streifig, ne, da quasi schon irgendwie was dran geschmiert oder so. Naja, es ist auf jeden Fall ein sehr matter Ton, dementsprechend nicht unbedingt für mich geeignet. Weil ich keine matten Lippenstifte verwende, leider. Ähm, weil ich halt so trocken unterwegs bin. Schade, ey. Ich sag's euch. Klassischer Lippenstift mit mattem Finish. Ich habe aber eigentlich Bock, den auszuprobieren. Ich muss nochmal drüber nachdenken, aber das wäre dann ja auch quasi, wir haben ja da weniger das Highlight des Adventskalenders, ne. Und die Nummer 24. Ja, der Adventskalender ist ungefähr auch genauso befüllt gewesen, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Das mit dem Schmuck war jetzt eine kleine Überraschung, was ich sehr positiv tatsächlich fand. Ähm, von den Food-Artikeln her hätten das Hochwertigere sein dürfen, meiner Meinung nach einfach, ne. Ähm, aber ansonsten haben wir da auch einen guten, bunten Mix drin. Natürlich werden wir hier einen schönen Warenwert haben, ne, weil Avant treibt das Ganze gerne in die Höhe, das ist uns klar. Aber, äh, ja, lohnen sich dafür 75 Euro. Hm, also, wenn ich mir das angucke, was ich hier vor mir liegen habe, nein, auf gar keinen Fall. Dann nehme ich lieber die 75 Euro und kaufe mir das, worauf ich Bock habe. Ähm, ist tatsächlich so. Weil, ja, ne, ja. Es gibt Food-Adventskalender, die deutlich günstiger sind und die einfach richtige Full-Size-Produkte enthalten, wo man einfach mehr Spaß mit hat. Und die Beauty-Produkte, die hier drin enthalten sind, sind halt auch eher so lala. Also, das sind eher so Produkte, die man sich dann wirklich für die 75 Euro oder wie auch immer hätte kaufen können, äh, wenn man sie hätte haben wollen. Aber schreibt mir bitte auch gerne eure Meinung zu dem Adventskalender unten in die Kommentare. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem Sarah Harrison X-Foodest Adventskalender. Und, äh, wenn's dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ja, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!